Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Tickets Adventure und dem Event Sommerspiele 2024 und der Herausforderung 1. Dann schauen wir mal, zack zack. Dekorieren aber uns fehlen Flaggen. Hm, ja, sieht gut aus. Bring mir drei Stoffe in den Farben des Tricolores und was belohnt werden. So. Mhm. Na. Hm. Okay, das war hier der Stockmann 1. Weiter geht's. Ach so, hier ist auch noch. Ähm. Da komme ich nachher zurück. Gut. Oh. Entschuldigung. Okay. So. 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 Ja, da muss ich so, so, so und. Und. Nein. So rum. Und dann kann man den da noch mal. Na. Na. Da war nichts offen. Nein. Ja. So. Ja. Alles mitnehmen. Was nicht mir gehört. Ach, da war die auch noch zwei. Eins, zwei. Ja. Die schiebe ich trotzdem drüber. Da kann ich hier nicht rein. Das sind alles zu viele da. Das geht auch nicht. Ja, gut. Ich lasse das mal so. So. Wo ich gerade noch mal gucken. Zack. Ich könnte den. Kann ich den. Ja. Da kommen wir aber nicht mehr raus. Na. Ich könnte den. Aber der war nicht mit Blumen, oder? Doch. Der war mit Blumen. Okay. Dann nehme ich den mal. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Ähm. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. In den Lampen komme ich nicht vorbei. Ein Runterschieben kann ich den nicht. Also hat sich das erledigt. Okay. Okay. Ähm. Hier geht es weiter. Da geht es nicht runter. So. Jetzt geht es hier rum. Hehehe. 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 Okay. Jetzt könnte man da schon wieder komplett zurücklaufen und bräuchte das alles nicht zu machen. Tricolore waren nur drei Farben. Jetzt habe ich nicht nachgedacht, welche Farben wir hatten. Rot weiß ich. Hatten wir auch den blauen Stoff. Schon wieder weiß. Da kann man den Tonner mitteilen. So weit weg ist es weg. Den kann man nicht bewegen. Den kann man auch nicht. Ich guck. Ok. Ne, nehmen wir sie so rum. Das war einer zu weit, danke. Ok. Das war ja ok. Das waren mir. Der ist ja so rum. Danke. Okay. 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 dann kann ich nicht mehr einpacken ach so hätte ich gar nicht so runter ja jetzt geht es hier weiter da geht es hier da geht es rein ok so ok erst oben rum ja erst oben rum wo ist das denn ach du scheiße dann mache ich erst das hier dadurch dass da hinten noch eine treppe war dass ich da wieder am anfang rauskomme so erst mal hier und habe gerade noch was gesehen so da komme ich nachher darum ok um so dann na so so Okay. Ja. Ich bin hier oben. Gut. Ähm. Ich bin hier oben mit Einstein. Okay. Hier. Gut. So, das gefällt mir aber noch nicht. Hier ist doch garantiert irgendwo... Ne, da ist nichts. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre garantiert irgendwo ein geheimer Gang. Aber okay. Dann eben nicht. Und da kommst du wieder am Anfang raus, siehst du? So habe ich mir das gedacht. Gut. Okay, dann... Okay, dann... So, und dann gehen wir mal da rein, ne? Okay. Um... gut da war noch hier okay wohl dann soll es das gewesen sein aber dann ich mich bei euch fürs zusehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auf meinem gaming kanal toto spielt auf youtube und auf twitch bis zur nächsten folge und tschüss sagt der toto